3 ab Hallo Ado und dann also das geht ja 5 spiel auf den Westen ja auf dem NDS ja herzlich willkommen zu PokéMMO das Pokémon nur online ja das war ich gerade das wollte ich gerade sagen die Player äh das stand eigentlich sogar schon in der Liste von den Sachen die ich machen wollte echtes? ja wirklich äh ich mache was was hier in der Liste steht und ich muss mal langsam was beenden aber äh ja du gehst dich runter und hier ist meine Mama und meine Mutter pennen in der Küche ja weil sie kein Schlafzimmer hat also es war ähm wie sind wir warum spielen wir PokéMMO überhaupt ähm Weisburg und Multiplayer das sind zwei Sachen die gut zusammenpassen Pokémon und Multiplayer mehr braucht man nicht Multiplayer Multiplayer There's a movie on TV Four boys a walking on railroad tracks I better go to ja die Mutter ist angesprochen ich bin Wolverine ich bin Harako right I will sleep on some day it's set so on TV und weil Fernseher immer recht hat oh yes Broth Oak next door was looking for you geil hey is it me who you looking for? ich war ich war ich warte draußen auf dich ja war es ist gerade ein bisschen warm in meinem Zimmer deswegen habe ich mein Fenster aufgemacht äh 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 wir sind gerade in Kanto und zwar wir waren eigentlich dabei Terraria zu spielen aber da brauchen wir gerade eine Pause von ja ja wir haben ein bisschen naja egal die überspielt ja ja what it's only Digi Note erzeugt Cramps in the round ok dann gleich mein's das ist gut da ist der Pokerboard sehr content Pokémon hhhhhhhhhhhhhh ich respektiert ihr den Mal man kann nicht mehr respektieren man kann nicht mehr respektieren man kann nicht mehr respektieren nein also in der letzten Version da äh also es gab jetzt reichlich Updates wir haben das mal lang äh vor etwa zwei Wochen ok vor der halben Jahr oder so ne hey wait don't go out ich lass dich mal lesen da will ich zu folgen it's unsafe weil Pokémon live in tall grass und need your own Pokémon for your protection I know here come with me pedo das sieht leicht lustig aus gerade ne 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 ok ok gramps an peta wood waiting we 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 dieses ich gucke in die warte ich sehe gar nicht jetzt wird der hand so ich verspreche kann ich ok welches vorkommen nehme ich nur welches nehme ich und wie ist hinter dir aber doch man kann auch ein oder abbildlich zu wählen und schweißen zu weit gegangen das meint das hier ich war zum Beispiel er hat er will ich eben bis draußen er ist die hier mit dem drinnen zwischen Regal steh ich bin zu weit gegangen normalerweise nicht mehr sektät nicht als das denn das checkt Autor Pauke mal der Pappert werden er er hat der der hat der Nörd der das Team zur Erdbeck und diese Teil des Ausweitens er aber mich steht unten Prozent er hat das hier ich darf ihn jetzt und er darf mir nicht sagen welche Pop und wir haben beziehungsweise welche attacken so könnte man drauf kommen ich bin gespannt was du genommen hast freundlich der rechten seite bei der seelung weißt du das wenn du das zu fangen da war es auch berechnet schon markiert wenn es funktioniert hat soja ich habe das gett werden gett gemacht ich habe immer gett verpasst ich habe ich habe noch vier leben ich habe ich bin level 6 ja auch ja die musik ist aber die löser krams mario later ich rieche später ich freue mich schon hier ein pokémon zu zeigen heimann ich bin vorliegen ist ich habe hier nebenbei mein ds liegen und da ich gehe noch nicht ausgestellten ahaha ich habe immer noch Prozent wagen Prozent der hirten rocket Auschwitz okay es wird ja aber es gibt man keinem schluck auf aber was bringt er nicht hier so er ist nicht tätig oh mein Gott ist anders als Traken bisschen dünner oh ich hab ja wieder ein volles Gluck bisschen dünner Nüvi I copy what I said on all of the trainer Tipps signed. Trainer Tipps Let's start to open the menu Ja okay Ich drücke Start auf meiner Tastatur Nein der Kamm gegen den Rack Zuru ... Beute Eier Rapper Rapper Scratch Jegato Es sind Zert Brudge Zert Das es wird entweder Blumanda oder Shigi Ich hab Wolle mit der Böckler Stuttgart gesagt das Grätschgesagt HH er wird sie gebetet haben Gott nein das darfst du nicht sagen ja ich habe auch möglicher Posten bei der Zeit besser als Posten ab Preußen gelegt die Jürgen mit sich Preußen er hat sich er wollte die Umtrag ab er mache ich aber aber wäre es und dass man bedenkt bei jetzt Prozent Kenzimmer an sich hören ich weiß ich bin wie viel Leben hast du noch Prozent wir haben 14 Okay, let's campen. Oh, Hardcore! Ich weiß, dass Pokémon's war schon, aber scheißegal. Das war klar. Fick dich mal so's für Ember! Oh, leck mich! Das war geil. Aber du bekommst keine EP mehr. Oh, du bist hier zurück. Weißt du noch, wie das war? Ach ja, man ist gestorben und war einfach an der gleichen Stelle wieder. War das nicht toll? Na, erster Grasbusch, leck mich. Was ist denn für eine Kampfmusik? Ja, das ist cool, ne? Wie lange der Poco war einfach bei der Luft bleiben. Ich glaube, das gab bei mir leicht verpackte Musik, die klingt nicht leicht behindert. Genau wie du. Ahhhh... Da haben viele Leute sich jetzt wahrscheinlich 100 von den 50 Leuten, die es wahrscheinlich guckt. Ähm... Warum so hell ist der Pisa-Sama? Ich war dieser Frau auch nicht. Ich war dieser Frau auch nicht. Ich bin dieser Frau. Und Ember... Hälfte vor Prozent ja bei PGS Pro übersteuert er dass er mir noch er gleich hier aufnehmen also nicht heute aber er bald mit Prozent und zu dritt dann bei ich bin auf den Kopf geschwungen Kappel gibt das ist gemein ich habe jetzt Paul freudig auf Misty fuck die ist so stark in diesem Spiel das ist richtig krank das ist meine Herausforderung obwohl der dritte Rednerleiter deswegen hast du Bieser zusammen genommen oder nein eigentlich weil ich ganze Pokémon mag oh wenn sie ehrlich gesagt in jeder Person die Spechsten sind es sei denn sie heißen Schellers der Terrasen stark wie heißt okay du bist ja schon mal ja und wir bleiben immer etwa auf einer Stelle oder also keiner geht voran wenn er mag gleich weit weg also es kam dadurch wir waren tödlich gelangweilt dann hat hat er oder das da gesagt ähm dass man skypen damit und spielen ich meine es sei ich diese Gruppe und dann über die erste Gruppe aber er hat bei ihm so bei Erinnerungen und so um und was geht der Eich und er hier begabt wir müssen mich gut sein so ich habe zwei Kappel okay wir schleichen ja einmal durch gleich Yolo ah, das hat geklappt, auch verdammt ja äh was schade, die haben auch die Grasflächen alter, hab ich wohl gerade mit dem Kappel herausfordert ooooh what the fuck what the fuck, alter äh, Flameslower bitte heil mich was ist hier los ich will nichts dafür haben für deine Pokemon und ich will nichts dafür 6 äh, we hope to see again, ein schrecklicher Satz den man in einem Krankenhaus sagen kann ja, stimmt, ein oh yeah oh yeah es ist mittlerweile ich auch endlich mal zweiter, äh alles Löffler geworden äh, bisschen ach, Paul äh, der tippt ist nicht mehr unsichtbar fair die war doch mal der tippt, der war doch mal unsichtbar und da war gegen unsichtbare Wand geraten boah der alte Knacker hier oben äh, wer ja chanel bist du? äh, ich bin chanel 1 Warte, äh, wo oben? Was sieht man das bei uns im Channel? Warte, hier, da bist du, hier, der war doch unsichtbar. Äh, du erinnerst dich? Warum liegt der hier? Er kann es. So.